Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich hatte noch gar nicht damit gerechnet, dass ich es heute schon schaffe. Deswegen kam das jetzt sehr, sehr plötzlich, ich glaube für uns alle. Deswegen schon ein Wochenende vor Saisonschluss nach sieben Events schon Meister zu werden. Das ist für mich ein ganz besonderer Moment. Ich habe es selber noch gar nicht so richtig realisiert. Ich brauche immer noch eine Nacht. Deswegen bin ich natürlich aus dem Häuschen. Morgen ist auch noch mein Geburtstag. Deswegen fühle ich mich dann umso besser.